Hallo und herzlich willkommen zum zehnten Türchen des Ornithologischen Adventskalenders. Heute habe ich wieder eine nützliche Website für euch, und zwar The Sound Approach. The Sound Approach ist eine englischsprachige Website, die sich zum Ziel gesetzt hat, dass bei der Bestimmung von Vögeln nicht nur das Optische sehr wichtig ist, sondern dass genauso wichtig auch die Akustik ist. Und die Akustik ist ja wirklich auch etwas, die bei vielen vielleicht etwas unterrepräsentiert ist. Gerade zu Beginn ist das Bestimmen von Vögeln anhand von Rufen, von Gesängen und so weiter und so fort eher tendenziell schlechter als das optische Wissen. Und ja, letztendlich hat The Sound Approach sich zur Aufgabe gesetzt, dass man da mal ein bisschen einen Guide herausbringt, wie man verschiedene Vögel einfach auch anhand der Akustik bestimmen kann. Es gibt dazu wirklich einige spannende Artikel. Es gibt aber auch die Spezies-Suche, wo man wirklich nach den verschiedenen Arten suchen kann, zu denen sie schon was gemacht haben. Sie haben noch nicht zu allen was gemacht, aber wirklich auch zu den Sturmschwalben und so weiter. Also wirklich durchaus sehr, sehr viele Arten bereits beschrieben. Nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern wirklich auch im komplett europäischen Raum. Sie haben Artikel geschrieben, wie man bestimmte knifflige Arten, sage ich jetzt mal, bestimmt, beziehungsweise haben da einfach spannende Artikel dazu, wo man sich mal reinlesen kann. Finde ich gar nicht schlecht. Was mich allerdings viel mehr interessiert, ist der NOCMIC-Teil. Denn da haben sie für alle, die den nächtlichen Vogelzug nachts akustisch dokumentieren, die perfekten Aufnahmen. Sowohl hier ein NOCMIC-Guide an sich, aber wenn man jetzt sich zum Beispiel mal, was machen wir, was ist spannend, die Ringdrossel. Machen wir mal die Ringdrossel. Gehen wir erst da drauf kurz. Hier haben sie ein paar, ja, letztendlich alle Arten, die sie mal geschrieben haben. Wo kommt man hier direkt drauf? Sowohl von den Fliegenschneppern über die Drosseln bis hin zu den Wartvögeln, den Reiern und Dommeln und so weiter und so fort. Also da haben sie einiges. Haben aber auch so eine Beschreibung darüber, wie man aufnimmt, was man machen kann und so weiter und so fort. Kann man sich auf jeden Fall mal reinlesen. Wenn man dann mal sich eine bestimmte Art genauer anschaut, und man sieht hier auch schon, wer das geschrieben hat, das sind die mitunter die führenden Leute in der akustischen Bestimmung von Vögeln in Europa. Da haben die total coole Sonagramme. Sie haben total coole Beschreibungen dazu, wie man sie identifiziert, sowohl lautmalerisch, mal wie sieht es aus, wie zum Beispiel wie ein Christmas Tree sehen die Sonagramme aus. Sie beschreiben das sehr, sehr lebendig. Sie beschreiben Länge und so weiter. Und es gibt immer dazu auch, ja, Klangbeispiele. So war es hier oder so war es. Also die verschiedenen Rufe. C, D, E, F. Also es gibt da so viele verschiedene Rufe, wo man sich einfach mal durchklicken kann. Total spannend. Und das haben sie halt wirklich zu sehr, sehr vielen Arten. Sie haben aber auch einen Podcast. Da kann man auch mal reinschauen. Sie haben da wirklich eine Vielzahl an spannenden Themen behandelt. Ist natürlich alles wieder englischsprachig. Aber wer so ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen möchte, der ist da auf jeden Fall richtig aufgehoben. Denn man bekommt halt einfach von den Experten die Informationen, die man haben will. Ich überlege gerade mal hier. Wir haben doch hier sicherlich auch noch was, was wir haben. Komm, wir machen einfach mal den Grauspecht. Das ist schon ein etwas älterer Artikel. Okay, das ist schon ein etwas älterer Artikel. Aber, er spricht hier, Magnus Robb, spricht in einem Podcast darüber. Magnus, there is a track on the collection, which really fascinated me the first time I heard it. Because it's labeled gray-headed. Fünf Minuten lang über seine Experiences, also über seine Erfahrungen, wie man den Grauspecht aufnimmt. Also es sind wirklich interessante Sachen drin. Vor allem für die Nockmig-Leute, denke ich, ist das auch nichts Neues. Ich dachte, ich stelle es euch trotzdem einmal kurz vor. Der Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Da findet ihr wieder, ja, den Link dorthin. Klickt euch mal durch, lest euch mal ein. Es ist wirklich zwar auf einem hohen Niveau, also es ist wirklich eine Website, die fortgeschrittenen, beziehungsweise eigentlich schon Experten-Themen anspricht. Allerdings werden die so verpackt, dass selbst der Anfänger, der mit dieser Art oder mit Nockmig oder mit was auch immer noch nichts am Hut hatte, dass der trotzdem auf seine Kosten kommt und trotzdem herausfinden kann, um was für ein Vogel es sich handelt oder einfach nur was dazu lernt, je nachdem, was dein Anspruch da auch ist. Und das gefällt mir sehr, sehr gut an dieser Website, weil das ja auch so ein bisschen mein Anspruch auf dem YouTube-Kanal ist, durchaus auch mal fortgeschrittenere Themen zu behandeln. Allerdings diese so zu verpacken, dass der Anfänger oder die Anfängerin auch etwas damit anfangen kann.